Sie begrüßen unsere Nachbarn ganz herzlich und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Wir informieren Sie hiermit, dass wir im Rahmen einer Initiative der Stadt Ruppertal und den riesigen Religionsgemeinschaften ab heute Abend, seit Montagabend bis zum Ende des Kontaktverbotes, kurz vor dem Sonnenuntergang, einen Gebetruf ausrufen werden. Hiermit wollen wir in späten Zeiten der Corona-Pandemie gemeinsam mit den anderen Religionsgemeinschaften Gott den Erhabenen und Gnade bieten. Der Gebetsbuch soll dazu dienen, dass die Religionsgemeinschaften sich wie sonst im Gottesdienst oder im gemeinsamen Gebet verboten fühlen können. Es ist ein Zeichen der Solidarität in diesen schwierigen Zeiten des Kontaktverbotes. Daher bitten wir Sie, zu Hause zu bleiben. Wir bitten Gott den Erhabenen und den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt Ruppertal und den Menschen weltweit zu beschützen und wünschen alles Gute, Gesundheit und viel Kraft in dieser Zeit. Mit einem nachbarschaftlichen Gruß für die Gemeinde der Liti-Zentralen-Maschen-Ruppertal. Allah'u Ekber, Allah'u Ekber. Allah'u Ekber, Allah'u Ekber. Allah'u Ekber, 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 Allah'u Das war's für heute. Altyazı M.K. ZANG EN MUZIEK 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 ZANG EN MUZIEK